Musik Heute stelle ich euch die wunderschöne Sarah Frau Qualsnesi vor. Sarah ist eine siebenjährige Viergangsstute, gut mittelgroß bei rund 1,39 Meter 1,40 Meter vom Stockmaß. Sarah ist ein sensibles, fein zu reitendes Pferd, dennoch nicht übersensibel, ein Pferd, was richtig viel Spaß macht. Sie verfügt im Tölt über eine recht ordentliche Tempovarianz, vom ganz langsamen bis zum gut mittleren Tempo. Die Grundgänge sind einfach herauszureiten, immer taktler und sicher hervorzuheben ist ein richtig guter Schritt, aber auch Trab und Galopp sind sehr schön. In den Grundgängen lässt sie sich schon toll formen, ist auch Dressur-mäßig sehr gut geritten, all das entsprechend wirklich hervorragend ausgebildet. Im Tölt ist sie noch etwas hoch in der Form, das werden wir auch im Video gleich sehen. Hieran wird weiterhin gearbeitet. Sarah ist auf jeden Fall ein Pferd, was sehr viel Spaß macht zu reiten und auch zu trainieren, denn sie ist immer mit dabei, sehr kooperativ und außerordentlich gut zu sitzen. Ich kann sie mir als Sportpferd für den ambitionierten Reiter vorstellen, der noch sein Pferd weiterhin ausbilden möchte oder auch als Freizeitpferd für den ambitionierten Freizeitreiter. Dieser sollte allerdings nicht allzu ungeübt sein. Also ein bisschen Islandpferde oder überhaupt Reiterfahrung sollten für Sarah schon vorhanden sein. Dann macht sie viel Spaß und es ist ein Traum, dieses schöne Pferd zu reiten. Ich wünsche euch nun weiterhin viel Spaß bei dem Video von Sarah und für die Kontaktaufnahme findet ihr die Daten gleich oben rechts im Bild. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.